und wir kommen zu einem icon bei first guy freunde gegen den guten was geht mein name ist benji willkommen auf dem bei first guy kanal serie hei hei heute mal kein frank digger wir schwören heute ist alles clean heute ist alles gut ganz ehrlich das spiel mal besser ansage an doktor erhano ist da er ist offiziell kein teammitglied mehr da gibt es die schüsse da gibt es die stiche in den nacken dr ich weiß gar nicht mehr kann ich auch nicht mehr ja freunde wir haben am guten benchy auch eine folge aufgenommen würden sagen jungs lasst dir ein nach oben da wenn es euch gefällt lasst ihr eine abonnement schon da das ist schon ein dickes special da kann man schon mal die likes drauf knallen bei first icon digger kommen freunde bei first icon 30.000 likes oder 130.000 wenn die 130 erreicht sind dann gas geben falls das schon 130.000 stehen dann aufhöre oder eskalation okay sagen wir haben hier schon reingestellt und dann gehen wir beide machen wir das nacheinander oder machen wir es gleichzeitig gleichzeitig oder nacheinander ist mir scheißegal wir machen es gleichzeitig oder gehen wir auf die erste position moment ich stell dann auch ja okay man muss jedes mal neue icon einstellen wir machen erst wir machen es wir machen stream squad oder ne geht ja gar nicht oh my god ne später aber dann direkt kaufen wir machen erst stream und kaufen dann den spieler weil wir ein bisschen zeitdruck genau weil die ea server waren den ganzen morgen da ja so ok dann erste position drei drei zwei eins let's go so wir nehmen bei dir die nummer auf vier ach so wir machen mit zahlen okay okay ne ne ich hätte jetzt den ersten noch haben wir können auch mit zahlen machen das ist gar kein problem ach die scheiße hier hat jemand ein zt immer auf zt immer umgestellt mein ohrschloch ich bitte dass ihr nehmt ihr die fünf ok krasser shit ok müssen wir ins team rein machen oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit hat auch einer rum gemacht hier bei uns ich glaube ihr habt dieselbe position wie ich scheiß sechser mit 39 step 42 step ja ein schöner ronaldo moin digga da geht baden bro so dann wieder icon liga ach das ist scheiße alter ne ja mega jo wir können nächste position machen 3 2 1 let's go let's go das biest benji die 2 oh doch ja damit kann ich auf jeden fall arbeiten ihr nehmt bitte die 1 optimus prime in marien rein oh shit my first optimus prime is da ei 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 also ich will ja nix sagen ne aber also es ist halt so es ist wie es ist derjenige der hier heute verliert tut weh und bei uns ist es immer eigentlich hoch das wird schmerzen das wird richtig das wird eigentlich das ende das muss man einfach darf man eigentlich nur zum ende zum einen tag vor dem release von fifa 20 rausbringen eigentlich schon so wir sind auf der nächsten position ok 3 2 1 let's go let's go oh scheiße ich war falsch ich war falsch ich war falsch ok ja 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 äh was geht man eben ich würde benji die 6 geben optimus prime und hämmer ihn rein scheiße und wir ihr nehmt die 2 ok scheiße ne richtig scheiße optimus prime fuck ich hoffe meine coins reichen werden wir die spieler jetzt so noch nicht kaufen weißt du was ich meine ok wir gehen auf die nächste position das hat kurz geklingelt warte merkst du was jetzt äh interessant ja 3 2 1 let's go immer dieses ewige icon einstellen man let's go ähm was die 3 die 3 bei dir ja könnte was sein könnte auch nicht was sein ihr nehmt bitte die 5 pfff ach du scheiße ach du scheiße lange nimm uns unsere coins ah da könnte 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 niemals könnte könnte mein team sieht echt interessant aus ja uns das sieht auch nicht so verkehrt aus wir gehen auf die nächste position oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit oh shit ok jetzt sind wir auf der nächsten position drauf i'm ready for takeoff as well 3 2 1 let's äh go so ich hätte gerne mal die die noch mal hoch 4 4 optimus prime und hammer ihn rein digga scheiße nehmt ihr bitte die 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 ähm 6 oha ah junge der war's ne der geht mal richtig baden der hat feierabend ne digga ich muss mal wirklich kurz wirklich kurz abchecken wegen meinen coins äh ich muss mal ganz kurz nachrechnen könnten eigentlich generell schon mal was verkaufen oder ok 3 2 1 nächste position ach die scheiße digga na gut hier ah ich dachte mal kurz ich hätte vielleicht besser auf eine andere gehen sollen weil da kommt jetzt wieder die ganze selbe wie vorhin ne aber ok bringt eh nix es geht eh nix ich weiß ja nicht was ihr habt ähm nimm dir mal die 3 ok und du nimmst die nummero 1 also einer war's ist auch ok ist auch ok ist auch ok alter bekannter ist ein alter bekannter junger brutales bollwerk ne asoziale 2 maschine das wird jetzt wirklich asozial so last one ne ja letzte position ich stell schnell ein ich schwitze jetzt schon ne ich hab die klima ausgemacht also es kann sein dass ich im spiel gleich die klima anmachen muss ey das ist echt hart wundert euch nicht wenn es dann rauscht ich hab mein wirklich in die kanntuch das muss ich ja wieder waschen boah das reicht doch noch mal schweiß wundert euch immer ins halt weil wir sind dann gleich kacken oder baden ne so 3 2 1 let's go ich hol's aber in den brunnen rein das kind ist schon lange drin ok er nimmt die 3 kann ich leider nicht nehmen weil ich den spieler schon auf einer anderen position hab dann nimmst du die 4 geht auch nicht dann die 5 wow und dann nimmst du die highest rate von allen da rein mann er nimmt die 1 ok ok oh scheiße dann würde ich sagen kaufen wir mal alle die spieler ich hoffe die coins reichen ich finde halt es gibt nichts schöneres als ein volles icon team vom aussehen her ja so wir kaufen die spieler zusammen sehen wir uns gleich wieder oh fuck locker so gerade am zdm oh junge gulli gullet wieder üben müsst natürlich wieder übertreiben ne ihr müsst natürlich wieder übertreiben bei uns im verein befindet sich nur qualitativ hohes eitelmaterial deswegen haben wir gerade 30 minuten gebraucht bis ihr eure scheißspieler verkauft um gar nicht mit coins zu kommen dicker unser verein ist mehr wert als deine mutter dicker ist auch nicht schwer haha scheiße das hat mich aufgeholt ne verpisst euch doch es wird wieder so ein purer schweiß und dann finde ich dicker schießen ne wow wow was ist mit dir time finish jucke hart trainiert ich habe ich habe time finish schon immer drin der hat noch eine linke der hat noch eine linke ja Goal 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 da steht ein plank dabei dicker da steht ein plank dabei shake it yeah dicker da steht einfach ein plank dabei was eine flanke von roberto calos scheiße man gotta huffl hallo go 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 Ich spring nicht mal hoch. Oha! Oh, Gulli. Na ja, super. Heute wieder der Push von mir. Im Rache drin. Das ist doch eure einzige Ausrede, die ihr kennt, ne? Deswegen verstehen wir den so schlecht. Das ist die einzige Ausrede, die ihr am Start habt. Ja! Wie nach dem Tor Prime Yashin, ne? Ja, da hält mir gar nichts. Ja, Mann ist das. Du kannst, wenn die die machen, du kannst nichts dagegen tun, ne? Die schirmen dir so den Ball ab. Oh, fuck, Mann. Ach, komm. So wollt ihr mich schlagen? Ach, Quatsch nicht. Ja, 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 ja. Quassel nicht. Nein! Und jetzt raus. Ja! Nein! Fuck! Digga, dieser Shevchenko da vorne holt gar nichts. Mach mal's, Bruder. Boah, was ein Schweiß! Er hatte einfach einen Kopfball-Scheißding, wo eigentlich Blanc hochgehen muss. Ganz wichtige Geschichte. Das wissen die auch. Ja! Boah! Digga, hast du zu viel mit Stein hier aufgenommen mit einem Scheiß-Geklicke? Ist so, ist so, ist so. Mit echt so. Ja. 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 Digger, wie kriegt denn der der Arsch gelutscht, Alter? Wirklich. Das ist ja unfassbar. Das ist schön, so die Eier gelutscht zu bekommen, Alter. Wird schä... Guck mal, Witter kommt da durch. Witter kommt da durch. Ach... Ach... Was macht denn der Torwart? Der Ball, wir haben einen Hünder, kriegen wir trotzdem nicht raus. Kann ich nichts machen dagegen. Five up! Jaaaa! So an Lächerlichkeit gar nicht zu übertreffen, wirklich. Ist unfassbar, ne? Ach du Scheiße. Der ist so schlecht, der gewinnt das Ding, Alter. Ja, naja. Am Ende steht die Eins da oben. Bei euch steht ne Null. Am Ende hat es halt nicht gereicht, trotzdem Pelé-Männer. Neun Schüsse aufs Tor, er vier. Und macht ein Eckball-Tor, Digga. Oh mein Gott. Cheatieren den Gegner. Verdient gewonnen. Wie kann man so ein schlechter Verlierer sein? Cheatieren? Nee, ehrlich. Du warst einfach überragend. Ich bin grad nochmal in mich gegangen. Du hast, wenn die Erkenntnisse kommen, du warst überragend. Also du hast verdient gewonnen. 1-0. Cheatieren den Gegner. So, Freunde, wir kommen jetzt hier zum Discard. Ja, nochmal hier offiziell. Cheatieren den Gegner. Überragend gespielt. Aber okay. Es ist krass, wenn man Tissi mal wieder verlieren sieht, ne? Das ist schon. Kommt nicht so oft vor. 9-4 Torschüsse. Ihr kennt es alle aus. Wie wirklich entliegt die Noobs, die regieren. Kann ich? Ja. Welche Formation hattet ihr? 4-2-2. Dann nehme ich den... Linken... ZDM. Baby Sokrates. Baby Sokrates. Halt! Untrade. Untrade. Digga, du war... Links. Ich hab mir eben in die Hose geschissen. Linker IV Pelé. LV links. Matthäus. LZOM. Desai. Und dann war nur noch die Stürmerzeit endlich. Boah! Ich kann einfach kein Discard, Alter. Ja, Freunde. Ich würd sagen, wir sind raus. Wenn ihr nochmal Bock habt auf so ein Battle, lasst hier einen Daumen nach oben da. Wie gesagt, bei Benji wurde auch eine Folge aufgenommen. Wir sind raus. Benji, du Ehrensieger hast die letzten Worte. Boah, Schlöcher! Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao! Ciao! Nun, Auchin.